Hallo, ich heiße Neo. Und wie heißt du? Hallo, ich heiße Agina. Das ist meine Klasse. Wo sind wir jetzt? Das ist unsere Klassensinne. Es ist groß und hell. Und was gibt es in der Klasse? Vorhin gibt es eine Tafel. An der Tafel schreiben wir... Was ist links? Links sind zwei Frenze. Auf den Frenzen stehen die Blumen. Und was ist rechts? Rechts steht ein Schrank. Hier sind viele Bücher und Hefte. Und was macht ihr hier, Kinder? Wir lernen viel Deutsch. Manchmal scheint man wieder zu den Klass zu gehen. Manchmal ist man wieder zu den Klass. Manchmal ist man wieder zu den Klass. Manchmal ist man wieder zu den Klass. Mit der Klass ist man wieder zu den Klass. Manchmal ist man wieder zu den Klass. Manchmal ist man wieder zu den Klass. Sieben dunkle Jahre überstehen. Sieben mal bist du die Asche klein. Aber einmal an der Fähne stein. Bravo! Schönes Lied von Karat.